Nun mussten wir erst mal sehen, dass wir den Föhn aufkriegen. Die Hauptschrauben sind jetzt gelöst und jetzt schaue ich weiter, ob ich ihn aufkriege. Ich möchte die CDs noch mal aufspülen. Also Ich bin Michael Thies. Wir machen hier das Repair-Café bei der Christuskirche Schulau seit 2019. Wir machen das vier oder fünf Mal im Jahr an einem Samstag von 14 bis 17 Uhr. Wer ein Gerät hat, ein Schätzchen, das er begutachtet, repariert haben möchte, gucken wir uns gerne an. Versuchen wir wieder zum Laufen zu bringen und das kriegen wir in zwei Drittel der Fälle meistens auch hin. Kommen Sie doch mal bis zum Laufen zu bringen.